Guten Tag Leute, willkommen zurück zum nächsten Part. Und ja, wir sind letztes Mal hier stehen geblieben, haben die Schlange hier ermordet und... Ja, jetzt geht's ab runter. Ich will eigentlich nicht, aber ich muss da lang. Okay. Uh, düstere Musik. Ja, ab jetzt wird es sehr gruselig. Okay, und da hinten sehe ich mal wieder eine Schlange. So. Das war noch nicht super schwer. So. Ah, hier geht's weiter. Eine Kugel. Aber ich rutsche hier runter. Hier fällt die nämlich nicht... Äh, hier rollt die nämlich nicht runter. Jetzt kommen wir nicht mehr zurück. So. Ich seh mich kurz hier um. Ah, da liegt was. Ja. Die Statue wird noch zum Leben erweckt, aber die hier nicht. Erst im nächsten Raum. Und die sind echt fies. Mit der Pistole dauert das echt lange, bis die K.O. sind. Gut, ich könnte jetzt auch die Schrotflinte nehmen, aber... Nee, ich lass es mal lieber. So, liegt hier noch was? Nö. Ach, da liegt noch was. Und ich höre doch schon Feuer. Oh. Da ist eine Statue. Ich ahne Schlimmes. Warte. Wie viel Munition habe ich denn für die Schrotflinte? Ich nehme die jetzt einfach mal. Dann geht's schneller. Jo. Reck dich nicht auf. Äh. Bitte hör auf, mich zu verfolgen. Du Stalker, echt. Stirb. Ja. Das ging doch schnell. Eben die Schalter betätigen. Okay, was der gebracht hat, keine Ahnung. Und er hat irgendeine Tür geöffnet. Ja, ich wollte eigentlich da rüberspringen. Ist denn hier noch irgendwas? Nö. Okay. Hier ist nichts. Da liegt die Statue. Ach. Dann gehen wir nochmal hier zuerst runter. Und noch ein Hebel. Bevor ich jetzt wieder hochgehe, schiebe ich die Kiste hier weg. Ähm. Hallo? Ah. Ein Geheimnis. Ich hasse diese Dinger hier. Einmal getroffen werden. Da ist man schon vergiftet. Ein Medipack. Ein Medipack. Warte mal. Okay. Ich speicher lieber. Die Kugel kommt doch sicher zu mir, wenn ich in das Loch reingehe. So. So, Lara. Schnell, schnell. Komm. Nimm. Beeil dich. Beeil dich. Super. Da liegen Fackeln. Nein, nicht aufstehen. Boah, ich hab ganz kurz die Ducken-Taste losgelassen. Boah, ich dachte schon. Und die steht jetzt auf. Naja. Nochmal Glück gehabt. Okay. Was ist hier? Hier liegt auch nochmal was. Liegt da irgendwas? Ein Medipack. So. Und jetzt geht's zurück. Ich will keine Sekunde länger hierbleiben. Hier ist ein großes Tor. Und hier sind zwei Schlüssellöcher. Das heißt, wir können entweder zuerst in die Tür reingehen. Oder in die. Und in jeden... Ja. In jedem Raum sind dann Schlüssel versteckt. Aber ich glaube... Ich geh jetzt hier rein. Der Gang macht mehr Spaß. Okay. Jetzt muss ich mich super schnell beeilen. Und stürbt mir die Lara hier weg. Ah, da sehen wir sie doch schon wieder. Obwohl wir durch den Schlamm langgegangen sind, ist Lara immer noch blitzeblank. Ja, wenn das nicht normal ist. Äh. Ja. Das hat jetzt nicht so geklappt. Aber das hat jetzt geklappt. Oh, ein Affe. Oh. Und ich höre Messer. Boah. Boah, geh ich jetzt extra den weiten Weg hier lang. So. Den Affe... ...türken wir jetzt erstmal. Oh je. Ich speichere nochmal kurz. Speichern wir mal hier. Gut. Dann geht's in den Gang mal rein. Boah, wie fies ist das denn? Links und rechts eine Stachelwand. Und dann sind da noch diese Messer. Na geil. So, Lara. Ah, wieso hängt das Spiel dauernd? Oh. Gut, sie hat etwas Energie verloren. Aber das macht nichts. Was war das? Irgendwo... Was ist das? Das können wir schieben. Ja. Lara ist ganz schön stark. Also, ich könnte sowas nicht schieben. Ja. Wie sie immer dabei stöhnt. Naja. Hoch. Hier ist ein Loch. Ein bisschen schneller, bitte. Ach, da liegt was. Und ein weiteres Secret habe ich gefunden. Ähm. Okay. Ey. Irgendwie, äh, läuft sie nicht weiter. Irgendwie kann... Was ist denn jetzt los? Och. Nicht dein Ernst. Ich kann gar nichts mehr machen. Was ist das denn für ein Scheiß? Na geil. Ja. Da muss ich leider die Folge jetzt schon beenden. Weil... Es rührt sich gar nichts. Was ist das denn für ein Scheiß? Gut. Ich verabschiede mich. Bis dann. Tschüss. Ja. 여보. Ja. 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 Das. Vielen Dank. Vielen Dank.